So, Veko Wunderwutzi. Also, wirklich federleicht. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich was drin ist, aber 40 Sekunden soll sie brennen, wenn der Effektiv... Jupp, 3 Meter, 15 Millimeter Kaliber. Ja, wir haben insgesamt 50 Gramm NEM. Ich habe hier oben schon mal alles vorbereitet, aber gucken wir mal, was da so rauskommt. Also wirklich, das Ding wiegt nichts, gar nichts. Aber schauen wir mal, was die so kann. Wenn ich sie dann anziehen, heißt das so jetzt. Veko Wunderwutzi. Ja, es ist leider sehr windig hier. Aber schöne Farben. Ah, hier ist umgekippt. Da ist leider umgekippt. Ist ja jetzt zu wenig. Aber positiv überrascht, muss ich sagen. Für den Reißabend. Richtig geil.